Jetzt holen wir uns das Podest. Martin, pass auf, dass der Sessel da nicht umfällt. Ich hab ein bisschen Angst um dich, so wie du da herumkletterst. Stefan Kraft im ersten Durchgang hat er noch gerätselt, warum es nicht weitergegangen ist. Der Sprung hat eigentlich perfekt gepasst. Vielleicht klappt es jetzt, wie gewohnt beim Stefan. Schaut wieder gut aus. Hebt er jetzt noch... Schau, schau, schau! Schau, wo fliegt er hin? Hallo, hallo, lauter! Wer gibt's denn das? 2,50! Yes! Mein Gott, meine Nerven! Jetzt endlich mit dem ersten Superhäuse. Der wird als gestanden gewertet, da war nix im Schnee. Selbstverständlich. 251 Meter in Planitza! Unfassbar! Unfassbar! Und das ist jetzt offizieller Weltcup-Schanzenrekord! Das war ein Sprung fürs Lehrbuch, also viel besser kannst du ja mal schön springen. Nein, Martin, das war kein Sprung. Das war auch kein Flug. Das war irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht was. Wahnsinn! Richtig gut. Bitte schau, da macht er auch schön auf. Da ist er noch drei Meter über dem Boden. Boah, das war gefährlich. Auch noch ein bisschen hinten reinkommen. Boah! Also wenn er da nicht aufmacht, geht's runter auf Weltrekordweite. Kann sein, ja. Aber wenn er da noch steht, ist die andere Frage. Wahnsinn! Also Österreich bleibt relativ eindrucksvoll vor Slowenien.